Der Motoröl kühlt Der Motoröl kühlt, schmiert und dämpft den Turbolader. Deswegen ist es wichtig, mit dem richtigen Motoröl und dem richtigen Ölstand zu fahren, sowie die Ölwechselintervalle einzuhalten. Wir stellen bei der Beurteilung von Turboladerschäden immer wieder fest, dass Probleme mit dem Motoröl die Schadensursache Nummer 1 sind. Deswegen legen wir von ModAir jedem Turbolader einen Ölschnelltest, bestehend aus zwei Teststreifen, bei. Mit diesem Schnelltest kann die Werkstatt vor und nach dem Turboladertausch die Arbeit am Turbolader ordnungsmäßig durchführen. Stellt die Werkstatt beispielsweise vor dem Turboladertausch fest, dass sich im Motoröl sehr viel Kraftstoff- oder Wasseranteile befinden, dann muss die Werkstatt den Ursachen für diesen Kraftstoff- und Wassereintrag nachgehen und diese beseitigen. Nach dem Turboladertausch überzeugt sich die Werkstatt dann vom ordnungsgemäßen Zustand des Turboladers. Wir von ModAir können mit diesem Motor-Check-up-Ölschnelltest, also einen wichtigen Beitrag leisten für die erfolgreiche Reparatur bzw. den erfolgreichen Turboladertausch in der Werkstatt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017